Hallo Simulationsfreunde, mein Name ist Patrick und ich heiße euch wieder einmal herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial-Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man diese lästigen Intros hier aus dem Flugsimulator verbannt und damit wieder ein bisschen an Ladegeschwindigkeit gewinnen kann. Also ich würde sagen, wir starten direkt ins Video und ja, auf geht's! Mich persönlich nerven ja diese lästigen Intros vom Flugsimulator, daher zeige ich euch heute mal einen Trick, wie ihr diese auch entfernen könnt, wenn euch diese denn auch überhaupt stören. Ihr könnt natürlich weiter durchlaufen lassen, aber ein bisschen Ladezeit gewinnen ist nicht schlecht und dieses Mal bin ich euch auch eurem Kommentaren vom letzten Video nachgegangen und macht das Ganze jetzt auch mal mit einer Stoppuhr oder Zeituhr, damit ihr seht, wie viel Ladezeit das bei mir ausmacht. Whatabouts sind es immer so 30 Sekunden, also ich denke, das wird bei euch auch so sein. Bevor wir allerdings loslegen, möchte ich mich noch einmal bedanken für die letzten Kommentare unter meinem Video und für die ganzen Likes. Das hat mich sehr gefreut, dass das Video angekommen ist und wenn ihr auch zu diesem Video wieder Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Fragen, Anmerkungen, Anregungen und lasst noch einen Daumen in nördlicher Richtung da, ansonsten würde ich mich auch über den Ambo freuen und ich würde sagen, jetzt geht's mal ins Eingemachte. Los geht's! An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass eure Ladegeschwindigkeit sehr von eurer Internetgeschwindigkeit auch abhängt und von der Hardware, die ihr hier im PC installiert habt. Nun, wir müssen jetzt einmal unterscheiden zwischen zwei Versionen von dem Flugsimulator und zwar haben wir einmal die Steam-Version, die ihr über Steam erwerben könnt und die normale Version, also die ihr nicht über Steam erworben habt. Für beide Versionen gibt es unterschiedliche Verfahrenswege, um diese Intros zu entfernen. Also, wir fangen erstmal mit der Version an, die ihr so erworben habt und nicht über Steam. Also, was müsst ihr machen? Als allererstes geht ihr auf eurem Desktop, macht einmal den Rechtsklick und geht auf Neu. Dann müsst ihr hier eine Verknüpfung erstellen. Dann kommt dieses Fenster, wo ihr ja den Speicherort des Elements eingeben müsst und das ist schon sehr essentiell. Ich zeige euch diesen Speicherort jetzt einmal. Den habe ich jetzt hier einmal in der Textdatei geöffnet. Keine Angst, den müsst ihr nicht abschreiben, den schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr ihn einfach rauskopieren. Um diese Fast Launch Option, wie ihr hier seht, auszunutzen, müsst ihr einmal diesen Link kopieren. Ich schließe das Ganze und füge das einmal hier ein. Dann klickt ihr einfach auf Weiter und gebt jetzt einen Namen für diese Verknüpfung ein. Ich mache das jetzt einfach mal und nenne diese Datei jetzt Fast Launch MSFS. Dann könnt ihr einmal auf Kreditstellen gehen und schon habt ihr diese Ausführungsdatei erstellt. Und die ist dafür da, dass ihr jetzt den Flugsimulator ohne Intros starten könnt. Das heißt, ihr klickt diese mit Doppelklick an und schon startet der Flugsimulator ganz normal, wie gewohnt, allerdings nur ohne Intros. Für die Steam-Version müsst ihr jetzt einmal euer Steam öffnen, dann einmal in die Bibliothek gehen und den Flugsimulator raussuchen. Da macht ihr dann einfach einen Rechtsklick drauf, geht auf Eigenschaften und bei Allgemeine geht ihr hier auf die Startoption. Und dort gibt ihr jetzt ein Minus Fast Launch und schließt das Ganze wieder. Und mit dieser Methode habt ihr dann die Steam-Version auch für das Fast Launch präpariert. Und der Microsoft-Fly-Simulator, wie gesagt, startet dann ohne Intros. Ich mache euch jetzt mal einen Splitscreen. Auf der rechten Seite seht ihr einmal den Ladevorgang des Flugsimulators ohne Intros. Und auf der linken seht ihr den normalen Ladevorgang auf meinem Rechner mit Intros. Also und los geht's. Auf der linken Seite seht ihr jetzt einmal das komplette Startup mit Intro und auf der rechten einmal ohne Intros. Und wie ihr jetzt hier gerade am Anfang auch gesehen habt, braucht der Simulator immer noch seine gewisse Zeit, um das ganze Spiel überhaupt zu starten. Also daran hat sich nichts geändert an dieser ganzen Thematik. Wundert euch nicht. Wir haben jetzt hier die ganzen Clips habe ich hier ein bisschen vorgespult, damit das nicht ewig dauert, weil mein Simulator lädt mittlerweile wirklich sehr langsam, weil ich so viele Add-ons installiert habe. Deshalb hat das Ganze hier auch verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Systeme, wie ich sagen möchte. Wie ihr seht, ist das auch gleich am Ende bei mir, dass es bei mir nicht so einen riesigen Zeitunterschied macht, weil mein Simulator schon einfach so voll ist. Aber vielleicht habt ihr ja dadurch eine bessere Performance. Und wie ich schon gesagt habe, das ist halt von System zu System unterschiedlich. So, auf der rechten Seite ist der einmal ohne Intro. Der müsste jetzt jeden Augenblick auch schon fertig sein. Und wir haben dann eine Zeit von 1 Minute 15 und 42 Sekunden. Und auf der linken Seite haben wir eine Zeit von 1 Minute und 19 Sekunden. Wie ihr nun gesehen habt, hat das Ganze bei mir ganze 2 Sekunden gebracht. Für den einen oder anderen ist das natürlich nicht viel. Aber für einen Flugsimulator-Kollegen von mir hat dieser Trick ganze 30 Sekunden gebracht. Wieso ist das so? Wie ich schon anfangs erwähnt habe, von System zu System schwankt das sehr stark. Je nachdem, wie viel ihr ja auch in einem Community-Folder habt. Wie gut eure Hardware ist und wie schnell eure Internetverbindung ist. So, das Video ist hiermit beendet. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreibt, wie viel Zeit ihr eingespart habt. Vielleicht könnt ihr das ja messen. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einem weiteren Video von mir. Bis dann, auf Wiedersehen, euer Patrick. Ciao.